Freunde, hier ist auch wieder der Currywurstmann bei meiner Kolumne Töpperwien's Dschungeltagebuch oder wie ich immer sage, der Currywurstmann gibt seinen Senf dazu. Und ihr glaubt es nicht, was diese Kolumne in der Öffentlichkeit bewirkt. Heute Morgen liege ich noch im Bett. Ja, um 8.30 Uhr. Und wer schreibt mir eine WhatsApp? Claudia Norberg. Ja, Claudia hat meine Kolumne gesehen und sagt, wenn ich doch noch weitere Informationen haben möchte und hängt mir dabei meine Kolumne von vor 5, 6 Tagen an, soll ich sie doch bitte anrufen oder dann sollen wir doch einfach mal telefonieren. Machen wir doch einfach mal, oder? So, mal gucken, ob es da ran geht. Hallo? Ja, Claudia. Claudia, ja, herzlich, ja, herzlich willkommen wieder in der Freiheit, ja. Bitte? Wie bitte? Ach so, du möchtest wissen, wer die nächsten Let's Dance Teilnehmer sind? Ja, Claudia? Ja, die sind... Claudia? Ja, ich glaube, das willst du nicht wissen. Lass die mal aus, die Staffel, ja? Alles klar. Hör mal, schöne Grüße an Thorsten Legert, ja? Ja. Tschüss. Und wir sind bei Tag 13 im Dschungel. Ja, wir fangen direkt mal bei der Prüfung an. Heute waren die glorreichen drei, unsere drei Musketiere, in der Prüfung. Und zwar Sven, Markus und Raoul. Ja, und die Prüfung nannte sich Höhenfluch. Lustiger Name. Und so war es aber auch, denn diese Prüfung fand wirklich in schwindelerregender Höhe statt. Raoul war in einem gläsernen Sarg befestigt mit 20.000 Kakerlaken, 20.000 Grillen und 10 Kilo Mehlwürmern. Das muss man sich mal vorstellen. Aber das Ganze auf Eis. Die Prüfung bestand darin, dass Sven, als auch Markus, sich in lustige Kostüme reinstecken mussten. Markus war quasi Käpt'n Australier. Das war genau die richtige Rolle für ihn. Sven hingegen hat sich dann zur Kakerlake verwandelt. Das war das lustigste Kostüm seit der Schatzsuche mit den kleinen Äffchen. Aber die drei haben das super gemeistert. Insgesamt gab es sieben Sterne. Die Aufgabe war einfach, man musste in schwindelerregender Höhe über so dünne Latten balancieren und von irgendwelchen Sachen die Sterne abmontieren und sich dann an den Gürtel befestigen. Ja, der letzte Stern, der befand sich dann noch in der Kiste von Raoul. Am Ende des gesamten Parcours befand sich ein Buzzer. Da musste man draufdrücken. Und schon schwuppdiwupp, wieder erwartend, öffnete sich der Sarg und Raoul fiel 20 Meter in die Tiefe. Tja, damit hat er nicht gerechnet. Sieben von acht Sternen haben die drei erspielt. Entsprechend glücklich waren sie. Markus war der motivierteste, habe ich den Eindruck gehabt. Und Raoul konnte es gar nicht glauben, dass er über seine Höhenangst hinweggekommen ist. Klasse. Aber jetzt gibt es natürlich noch das Flaschengeld. Das war ja wirklich der absolute Hammer. Noch vor der Prüfung schnappen sich alle drei Kandidaten, die zur Prüfung gewählt wurden, ihre Trinkflaschen. Weil man muss ja immer viel trinken. Das sage ich auch immer dem Opa. Du musst viel trinken. Im Eifer des Gefechts oder in der Hektik, ich weiß es nicht, schnappt sich Raoul die Trinkflasche von Elena. Ja. Und das war ein gefundenes Fressen für Elena. Raoul hat ihr die Flasche geklaut, hat sie einfach mitgenommen, ist ab zur Prüfung. Ja. Und Elena muss jetzt verdursten. Nein, ich trinke nicht irgendwo anders raus. Das ist ekelhaft. Das ist meine Flasche. Ich will eine neue Flasche. Und dann geht die Elena ins Dschungeltelefon und will eine neue Flasche. Unglaublich, oder? Und RTL gibt ihr auch noch eine? Prinz Damien schlägt ihr ja vor. Nimm doch die Tasse. Es gibt ja im Dschungelcamp diese tollen Keramiktassen. Da kann man auch draus trinken, ja? Ja. Elena, egal. Die hat sich da reingesteigert, ja? Ich will meine Flasche. Das ist eine Frechheit. Da muss man drauf achten. Ich trinke nirgends. Das ist ekelhaft. Ich trinke nirgendwo anders raus. Und so weiter und so fort. Und ein riesen Tamtam entsteht wegen dieser scheiß Plastikflasche. Das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, da fressen die Fischaugen und irgendwelche Anusse und all so einen Scheiß. Und da regt die sich über eine Trinkflasche auf. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Die glorreichen drei kommen zurück von der Dschungelprüfung ins Camp. Ja, alle sind natürlich happy. Sieben Sterne. Das heißt, es gibt was zu spachteln heute Abend. Tamtamtam. Elena fackelt nicht lange den Sitz auf ihrem Bett und konfrontiert Raoul damit, dass er ihre Flasche mit zur Prüfung genommen hat. Ja. Und was macht er? Der spachtelt sich genüsslich den Reis rein. Denn dem ist das eigentlich völlig egal. Der sagt einfach, hör mal, hättest du das Ding doch auskochen können hier und neu Wasser abfüllen. Dann ist das doch quasi wieder sterilisiert. Hat er das wirklich gesagt? Nee. Desinfiziert? Nee. Sterilisiert? Unglaublich, ja? Aber damit war das Thema dann fast schon wieder vorbei. Diese ganze Schreierei und dieses ganze Tamtam fand praktisch in Abwesenheit der drei Dschungel Prüfungsteilnehmer statt. Elena hat eine neue Flasche. Unglaublich. Und ehrlich gesagt, es gab noch nie so eine kurze Dschungelsendung. Das war ja gerade mal eine Stunde. Da scheint wirklich nichts passiert zu sein, außer die Flasche und die Prüfung. Auf jeden Fall, es ist wieder Zeit für die Nominierung. Ganz genau. Sonja Ziedler und Daniel Hartwig kommen wie jeden Morgen natürlich ins Camp und nominieren die beiden Teilnehmer mit den wenigsten Anrufen. Am gestrigen Tag war es in diesem Falle mal Markus Reinecke und Claudia Norberg. Tja, der Markus. Damit habe ich nicht gerechnet. Bei der Claudia schon eher, denn die hat an diesem Tag eigentlich gar nichts gesagt und auch gar nicht abgeliefert. Das hat scheinbar auch der Fernsehzuschauer gemerkt und nicht für sie angerufen. Dementsprechend war es klar, Markus Reinecke vielleicht, Claudia Norberg vielleicht und am Schluss traf es. De Claudi. Claudia Norberg. Immer noch Wendler. Wie kann das sein? Ich kriege das nicht hin. Claudia Norberg muss das Camp verlassen. Ganz so unhappy schienen sie mir jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war auch eine ganz schnelle Nummer. Ratzfatz, raus Vase. Da waren es nur noch sechs. Sechs kleine Camperlein. Die waschen ihre Strümpf. Die einen sind in Bach gefallen. Da waren es nur noch fünf. Ja, Freunde, das war die gestrige Sendung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde auch heute wieder für euch zuschauen. Für die, die keinen Bock haben, das zu gucken. Oder für die, die sagen, Mensch, ist das spät. Ich muss morgen arbeiten. Von daher schaltet morgen wieder ein. Hier bei klatsch-tratsch.de. Meiner persönlichen Kolumne. Töpper wie ins Dschungeltagebuch. Oder wie ich immer zu sagen pflege. Der Currywurstmann gibt seinen Senf dazu. Alles wird gut. Das verspreche ich euch. Macht Idiot und schwenkt erholt. Tschüss.